Hallo und hallo herzlich willkommen hier bei Halloween Pinball mit 6 so ja angezockt tja Pinball Spiel halt ganz okay 2 Euro kostet normaler Preis im Playstation Store 4 Playstation 4 Store und ja zu Halloween na gut habe ich ein bisschen verschlafen haben wir ja schon hier wirklich nicht fast Ende November na ok ich habe wirklich mal gespielt der Flipper Automat so im rechten Stick macht man hier erstmal dass der Ball dann nach oben katapäliert wird und dann mit L1 und R1 halt hier die Träger betätigen und auf der rechten Seite ist da oben noch einer der will auch gleichzeitig mit R1 auch bedient und das war doch schon ja dann kann man hier wirklich nicht die Punkte machen kommen ab und zu kombinieren Sequenzen und für die ganzen Trophäen durchschnitt ab eine Million gibt es erst eine Trophäe dann die letzte runter zwei Millionen drei Millionen bis 15 nur mal wenige Punkten her und dann muss man auch extra bei Multiball oder wenn man zum Ball safen ja so richtig verstanden habe ich noch nicht gut als hier habe ich habe erst 56 mal es ausprobiert bei einem anderen Spiel auch von der Firma mit Mumien Pinball oder so da habe ich mal zweieinhalb Millionen Punkte mal gekriegt keine Ahnung wie und danach kam schon nicht weiter als immer nur 3,4,800,000 ja hier kam ich schon nicht weiter als bis 300 Punkte ich weiß nicht warum habe ich schon noch keinen so gespielt dafür naja so kann man auch die Ansicht kann man noch verändern wenn man auf der Touchpad drückt Pause ähm tja gibt auch irgendwas start kann man drücken wenn wir Pause und ja das war doch schon so ungefähr so am zu ist man da mal ein bisschen besser dann wieder schlechter oder wie hier manchmal kann man nichts machen kennt man ja aber Pinball ja zum Glück muss man nicht jedes mal jetzt hier eine Marke anschmeißen ein Euro ja bald 100 Euro für einmal zu spielen ja ja gut so ist das hier heute halt und ja macht mal Spaß ist mal was anderes als wenn man die anderen Schießerei Rollenspiel spielen und so ein Kram deswegen ist mal was anderes als so heute eigentlich mal gezeigt hoffentlich hat euch wieder Spaß gemacht ihr seht ihr meinen Kanal liken abonnieren und so weiter und ähm tja dann ein paar Suchstätten noch mal weiter ja ein bisschen extra mir entschließt ihr jetzt war's bis dann